Musik Was erwartest du dir? Ein Konzert. Ich habe keine Erwartung eigentlich, ich lasse es auf mich zukommen. Auf jeden Fall, dass er ganz gut bei mir spielt, das möchte ich mir alle hören, ja, und dass es ein toller Tag heute wird. Musik Applaus 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 Wir brauchen die Kinder zu kommen. Aber es muss sehr einfach sein. Ich denke, die Musiker können, ist, die Kultur zusammenzubringen. Und natürlich, es ist bereits eine gute Möglichkeit, zu beginnen viele Aktivitäten, zwischen China, Europa, Amerika und der anderen Welt. Und ich denke, wir sollten einen schönen Rhythmus Wir sollten mehr für die Jugendliche Projekte durch die Kinder. Ich bin ziemlich optimistisch, wenn wir viele gute Programme um die neue Generation zu trainieren. Wir haben uns überlegt, was man vielleicht mal so stellen könnte, was so interessante Fragen wären. Ich wollte lange, lange fragen, wie es als Weltbörder unter Köln ist. Ich fühle mich ziemlich normal. Also er fühlt sich irgendwie ziemlich normal. Ja. Aber wenn ich Piano spiele, möchte ich das beste ich kann. Ja. 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 Das ist eine Wahblade.